Das Bayesche Lernen ist ein subjektivistischer Ansatz im statistischen Lernen. Hier wird Wissen über das Problem in die Modellfunktion eingebracht. Wie an vielen anderen Stellen bereits gezeigt, basiert das maschinelle Lernen und seine Evaluierung auf probabilistischen Annahmen, wo auch die Wurzeln des maschinellen Lernens liegen. Im folgenden Abschnitt werden zunächst die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung wiederholt. Die Natur der Wahrscheinlichkeit wird in zwei Bereichen erforscht und analysiert, nämlich der Mathematik und der Statistik. Ein Teilbereich der Mathematik ist die Stochastik und ein Teil davon wiederum die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Hier wird das grundlegende Wahrscheinlichkeitsmaß definiert auf Basis der bekannten Kolmogorov-Axiom. Die Statistik untersucht verschiedene Anwendungsbereiche der Wahrscheinlichkeitsrechnung, wie die Inferenzstatistik, die deskriptive Statistik und die explorative Datenanalyse. Daran schließt sich das maschinelle Lernen an, indem Verfahren der Stochastik und Statistik eingesetzt werden, um aus Daten etwas zu lernen. Gegenstand der folgenden Betrachtung sind allerdings allein die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung. In der Wahrscheinlichkeitsrechnung wird ein Zufallsexperiment definiert als ein System mit einer klar definierten Konfiguration. Dieses System kann man auch rekonstruieren. Mit dem System wird eine Prozedur gemäß ebenso klar definierter Instruktionen durchgeführt. Und das Ergebnis der Prozedur und damit das Ergebnis des Experiments ist nicht vorhersagbar, was das Experiment zu einem Zufallsexperiment macht. Glücksspiele entsprechen dieser Definition, wie zum Beispiel der Münzwurf. Man wirft eine Münze und interessiert sich dafür, welche Seite, nachdem die Münze zur Ruhe gekommen ist, nach oben zeigt, Kopf oder Zahl. Die Konfiguration des Systems und die Ausführung des Experiments sind denkbar einfach, aber es ist bei jedem Wurf unklar, welche Seiten eine Münze nach oben zeigen wird. Wenn die Konfiguration einer Prozedur natürlichen Ursprungs ist, bezeichnet man ein Zufallsexperiment als natürliches Zufallsexperiment oder auch als natürliche Zufallsbeobachtung. Morgens aus dem Fenster zu sehen und festzustellen, ob die Sonne scheint, ist ein solches Zufallsexperiment. Entweder sie scheint oder sie scheint nicht. Zufallsexperimente dieser Art geschehen jeden Tag und überall um uns herum. Es wird bei Zufallsexperimenten vorausgesetzt, dass sie kausal sind, also dem Ursache-Wirkungs-Prinzip folgen. Die Tatsache, dass das Ergebnis unvorhersagbar ist, resultiert allein aus fehlenden Informationen über das Zufallsexperiment. Erlangt man Informationen über die Kausalkette des Zufallsexperiments, kann sich die Situation ändern und das Ergebnis plötzlich vorhersagbar werden. Um besser vorherzusagen, ob die Sonne scheint, genügt ein Blick auf die Uhr und in den Wetterbericht. Wenn man das nicht gemacht hat, ist man überrascht und wenn doch, weniger. Es sei denn, das Ergebnis weicht vom Erwarteten ab. Mehr Wissen über ein Zufallsexperiment ändert also die Wahrscheinlichkeit des Eintretens von Ergebnissen, aber nur in den Augen desjenigen, der über geeignete Informationen verfügt. Für jemanden, der nichts über das Zufallsexperiment weiß, ist das Ergebnis weiterhin völliger Zufall. Die Menge der Ergebnisse, die ein Zufallsexperiment annehmen kann, heißt Ergebnisraum oder auch Samplespace. Man verwendet das Symbol Omega, um die Menge zu beschreiben und klein Omega entspricht einem Ergebnis. Für ein endliches Omega definiert eine Teilmenge A von Omega ein sogenanntes Ereignis. Das Ereignis A tritt ein, wenn das Experiment ein Ergebnis klein Omega annimmt, das Teil von A ist. Die Menge aller denkbaren Ereignisse ist die Potenzmenge von Omega, also die Menge aller Teilmengen. Man bezeichnet diese Menge auch als Ergebnisraum. Ein einfaches Beispiel ist das Experiment des Würfelwurfs. Der Ergebnisraum eines Würfelwurfs besteht aus sechs Ergebnissen bei einem sechsseitigen Würfel und ein Event, wie zum Beispiel eine gerade Augenzahl, könnte durch das Ereignis A, das aus den Ergebnissen 2, 4 und 6 besteht, beschrieben werden. Ein alternatives Experiment ist das Werfen zweier Würfel gleichzeitig. Der Ergebnisraum Omega entspricht dann einer größeren Menge als zuvor. Jedes Ergebnis des Ergebnisraums besteht aus den Augenzahlen der beiden Würfel, wobei ich voraussetze, dass die beiden Würfel ununterscheidbar sind und man auch nicht weiß, welcher Würfel zuerst und welcher zu zweit gelandet ist. Demzufolge wird jedes Ergebnis auch als eine Menge dargestellt, wobei die Reihenfolge der Augenzahlen der beiden Würfel keine Rolle spielt. Ein Ereignis B könnte zum Beispiel einfach das Ergebnis 1, 2 sein, wobei ein Würfel die Augenzahl 1 zeigt und ein anderer Würfel die Augenzahl 2. Ähnlich zu dieser Konfiguration ist das Werfen zweier Würfel nacheinander. Hier ist der Ergebnisraum noch einmal größer als im ersten Fall. Im ersten Fall hat der Ergebnisraum 21 Einträge und im zweiten Fall 36. Jedes Ergebnis entspricht einem Tupel, das die Reihenfolge der Augenzahlen, in der die Würfel gefallen sind, aufzeichnet. Das Ereignis B für die erste Konfiguration, bei der nur ein Ereignis das günstige Ereignis war, besteht im zweiten Fall aus zwei Ereignissen, nämlich 1, 2 oder 2, 1, da die Reihenfolge hier bekannt ist. Es gibt eine Reihe von wichtigen Ereignistypen im Ereignisraum. Das erste ist das unmögliche Ereignis und demgegenüber das sichere Ereignis. Das unmögliche Ereignis entspricht der leeren Menge, während das sichere Ereignis dem Ergebnisraum selbst entspricht. Das unmögliche Ereignis kann nicht eintreten, da die leere Menge leer ist und wir voraussetzen, dass Zufallsexperimente immer ein Ergebnis liefern. Während das sichere Ereignis immer und in jedem Fall eintritt, wenn ein Zufallsexperiment ausgeführt wird, da immer genau ein Ergebnis des Ergebnisraums geliefert wird. Das Gegenereignis von A ist die Menge der Ergebnisse aus Omega, die nicht schon in A enthalten sind. Das Elementarereignis ist ein Ereignis A, das nur aus einem Ergebnis besteht. Wenn das Ereignis A Teilmenge eines Ereignisses B ist, dann nennt man es ein Teilereignis von B. Die Gleichheit zwei Ereignisse ergibt sich aus einer gegenseitigen Teilmengenbeziehung. Und wenn zuletzt zwei Ereignisse keine Schnittmenge aufweisen, dann sagt man, diese beiden Ereignisse seien inkompatibel. Andernfalls werden sie als kompatibel bezeichnet. Noch etwas genauer zum fünften Ereignistyp, nämlich wenn A eine Teilmenge von B ist, dann sagt man auch, dass A B nach sich zieht. Das bedeutet, wenn A eintritt, dann tritt auch B ein. Das heißt, wenn eine 2 gewürfelt wird, dann handelt es sich dabei automatisch auch um das Ereignis, als eine gerade Zahl gewürfelt wurde. Das ist jedoch umgekehrt nicht der Fall. Es kann eine gerade Zahl gewürfelt worden sein, aber nicht die 2. Das heißt, diese Beziehung ist asymmetrisch. Nachdem nun die grundlegenden Begriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung eingeführt sind, stellt sich weiterhin die Frage, was ist eigentlich Wahrscheinlichkeit bzw. was ist die Natur der Wahrscheinlichkeit? Die kurze Antwort ist, eigentlich weiß das keiner so richtig, was Wahrscheinlichkeit ist. Aber es haben sehr viele Menschen versucht, die Natur der Wahrscheinlichkeit formal zu erfassen. Und die vier wichtigsten Ansätze werden jetzt im Folgenden kurz vorgestellt. Der klassische Wahrscheinlichkeitsbegriff bzw. die sogenannte Laplace-Wahrscheinlichkeit basiert auf der Annahme, dass jedes Ergebnis gleich wahrscheinlich eintritt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit für ein Ereignis A definiert als die Anzahl der Ergebnisse, in denen A eintritt, also das heißt die Größe von A, geteilt durch die Anzahl aller möglichen Ergebnisse, das heißt die Größe von Omega. Diese Definition des Wahrscheinlichkeitsbegriffs funktioniert eigentlich ausschließlich für Zufallsexperimente, die Glücksspielen ähneln. Insbesondere fairen Glücksspielen, bei denen jedes Ergebnis tatsächlich gleich wahrscheinlich sein sollte. Das Beispiel bedeutet wie, dass jede Spielerin mit gleicher Chance gewinnen sollte. Allerdings lässt sich dieser Wahrscheinlichkeitsbegriff nicht verallgemeinern auf Situationen, bei denen die Ergebnisse nicht gleichwahrscheinlich sind. Und wenn man das ganz genau nimmt, dann ist die Definition dieses Wahrscheinlichkeitsbegriffs auch zirkulär. Das bedeutet, um die Idee oder das Konzept der Wahrscheinlichkeit zu definieren, wird auf einen weiteren Wahrscheinlichkeitsbegriff, nämlich den der Gleichwahrscheinlichkeit, zurückgegriffen. Man hat deshalb versucht, im frequentistischen Ansatz auf andere Weise den Begriff der Wahrscheinlichkeit zu erfassen. Hier auf Basis des empirischen Gesetzes der großen Zahlen. Wenn in einem Zufallsexperiment die durchschnittliche Anzahl der Ergebnisse berechnet wird, auf Basis von sehr vielen Ausführungen des Zufallsexperiments, dann passiert es üblicherweise, dass bestimmte Ergebnisse häufiger auftreten und andere Ergebnisse seltener. Anhand dieser Häufigkeiten des Auftretens oder anhand dieser Verteilung der Häufigkeiten über die Ergebnisse hinweg, lassen sich Wahrscheinlichkeiten bestimmen, anteilig anhand der jeweiligen Häufigkeiten. Es wurde auch versucht, dieses empirische Gesetz der großen Zahlen weiterzuentwickeln, auf Basis der Idee des Grenzwertes, um den Wahrscheinlichkeitsbegriff auch formal mathematisch zu erfassen. Allerdings hat dies zu logischen Widersprüchen geführt und war deshalb auch nicht von Erfolg gekrönt, um den Wahrscheinlichkeitsbegriff genauer formal zu erfassen. Der dritte Ansatz, den Begriff der Wahrscheinlichkeit zu erfassen, ist der axiomatische Weg, das Phänomen der Wahrscheinlichkeit zu umschreiben. Beim axiomatischen Definieren eines Phänomens geht man in zwei Schritten vor. Zunächst wird die Existenz einer Funktion postuliert, hier der Funktion p. Und als nächstes werden auf Basis von Beobachtungen die Eigenschaften der Funktion beschrieben, die sie haben muss, damit die Beobachtungen durch die Funktion vorhergesagt werden können. Im konkreten Fall des axiomatischen Wahrscheinlichkeitsbegriffs bedeutet das, dass die Funktion p eine Wahrscheinlichkeit zu jedem Ereignis des Ereignisraums zuweist. Und weiterhin, dass die Eigenschaften der Funktion p in den Axiomen niedergelegt sind, gemäß den beobachteten Gesetzen in der Wahrscheinlichkeit bei durchgeführten Zufallsexperimenten. Auf den axiomatischen Wahrscheinlichkeitsbegriff baut die gesamte heute bekannte Wahrscheinlichkeitsrechnung auf. Allerdings erfasst auch diese Definition der Natur der Wahrscheinlichkeit oder des Wahrscheinlichkeitsbegriffs nicht, was Wahrscheinlichkeit eigentlich ist, sondern sie beschreibt lediglich, was die Eigenschaften von Wahrscheinlichkeiten sind. Der vierte Ansatz zum Erfassen des Begriffs der Wahrscheinlichkeit ist der subjektivistische Ansatz. Hier ist es das Ziel, eine gegebene Beobachtung, zum Beispiel in Form von Daten, die über diese Beobachtung erhoben wurden, zu erklären anhand einer Hypothese, H. Ziel ist es herauszufinden, wie wahrscheinlich die Hypothese wahr ist, gegeben, dass die Daten über das Phänomen beobachtet wurden. Die Definition dieser Wahrscheinlichkeit entspricht der Berechnung der rechtsstehenden Formel. Die besteht aus drei Komponenten und im Zähler sind das die sogenannte Likelihood und der Prior. Die Likelihood ist eine Wahrscheinlichkeit, die erklärt, wie wahrscheinlich denn die Daten von der Hypothese erklärt werden, wohingegen der Prior die Wahrscheinlichkeit für die Hypothese selbst ist. Ein Beispiel zur Illustration. Sie gehen eine Straße entlang und beobachten ein Auto, das kaputt ist. Es hat eine Beule. Und Sie fragen sich, wie diese Beule zustande gekommen ist. Ihr erster Erklärungsversuch ist, ein Meteorit könnte in das Auto eingeschlagen sein. Wenn die Hypothese tatsächlich zutreffen sollte, dann würde das Auto mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Schaden nehmen, was die Likelihood dieses Ereignisses darstellt. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass zu jedem gegebenen Zeitpunkt in das vor Ihnen stehende Auto ein Meteorit einschlägt, sehr niedrig. Das wäre der Prior. Eine alternative Hypothese könnte sein, dass ein Hagelsturm die Beule im Auto ausgelöst hat. Wenn tatsächlich ein Hagelsturm das Auto betroffen hat, dann könnte das Auto beschädigt worden sein oder auch nicht. Die Likelihood, dass ein Hagelsturm die Beobachtung erklärt, ist geringer. Jedoch treten Hagelstürme viel häufiger auf als Meteoriteneinschläge. Also das heißt, hier ist der Prior viel größer. Und damit auch die Multiplikation der beiden Wahrscheinlichkeiten. Diese Hypothese wirkt daher gemäß des Zählers hier wahrscheinlich. Die Normalisierung der Wahrscheinlichkeit durch den Prior der Wahrscheinlichkeit der Beobachtung selbst, die kann man in der Praxis auch sparen. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Hypothese wahr ist, die Sie betrachten, gegeben die Beobachtung, ist proportional zum Zähler dieser Formel hier. Das bedeutet der Multiplikation von Likelihood und Prior. Oft wird der Begriff der frequentistischen Wahrscheinlichkeit und der subjektivistischen Wahrscheinlichkeit gegenübergestellt und als etwas Unvereinbares dargestellt. Das ist aber, wenn beide Wahrscheinlichkeitsbegriffe gemäß ihrer Definition vernünftig angewendet werden, nicht der Fall, denn dann führen beide letztlich zum gleichen Ergebnis. Allerdings kann der frequentistische Ansatz nicht eingesetzt werden, um einmalige Ereignisse mithilfe des Wahrscheinlichkeitsbegriffs zu erfassen. Was ist zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass die erste menschliche Mission zum Mars erfolgreich sein wird? Wir haben nicht viele Missionen zum Mars, die Menschen durchgeführt haben, bei denen wir frequentistische Annahmen machen können. Jedoch können wir sehr wohl die Wahrscheinlichkeit dafür, dass etwas schief geht, auf Basis von Wissen über die Schwierigkeit einer solchen Mission versuchen einzuschätzen. Kommen wir nun zu einer genaueren Definition des axiomatischen Wahrscheinlichkeitsbegriffs nach Kolmogorov. Sei Omega eine Menge, die Ergebnisraum genannt wird, und die Potenzmenge von Omega eine Menge, die Ereignisraum genannt wird. Eine Funktion p, die den Ereignisraum auf die reellen Zahlen abbildet, heißt Wahrscheinlichkeitsmaß, wenn sie drei Eigenschaften erfüllt. Die erste Eigenschaft ist, dass für ein Ereignis A aus dem Ereignisraum die Wahrscheinlichkeit immer größer oder gleich Null ist. Die zweite Eigenschaft ist, dass die Wahrscheinlichkeit für Omega selbst, also das sogenannte sichere Ereignis, immer 1 ist. Und die dritte Eigenschaft ist, dass wenn zwei Ereignisse A und B unvereinbar sind, das heißt, wenn ihre Schnittmenge leer ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit für die Vereinigungsmenge von A und B gleich der Summe der Einzelwahrscheinlichkeiten für A und B. Die großartige Leistung von Kolmogorov und sein Beitrag war es, Wahrscheinlichkeiten formal zu erfassen, ohne zu sagen, was Wahrscheinlichkeiten eigentlich sind. Das heißt, mit Hilfe der Axiome von Kolmogorov lässt sich die Wahrscheinlichkeitsrechnung durchführen, ohne dass man genau sagt, was Wahrscheinlichkeit in der Realität eigentlich ist. Der axiomatische Wahrscheinlichkeitsbegriff definiert die Grundlagen für ein Kalkül und damit das Modell, mit dem das Phänomen der Wahrscheinlichkeit in der realen Welt erklärbar wird und mathematisch erfassbar wird. Auf Basis dieses Kalküls lassen sich Theoreme aufstellen und diese Theoreme auch beweisen. Und solange niemand eine Beobachtung macht, die eine Gesetzmäßigkeit nahegelegt, die nicht auch auf Basis dieses Kalküls beweisbar ist, muss man annehmen, dass dieses Modell von Kolmogorov Wahrscheinlichkeiten definiert. Es handelt sich also um ein Modell für den Wahrscheinlichkeitsbegriff. Genau wie im maschinellen Lernen auch, wo mit Hilfe der Modellbildungsfunktion die reale Welt oder ein Ausschnitt der realen Welt in eine Modellwelt überführt wird, hat es Kolmogorov geschafft, sich davon zurückzuziehen, zu interpretieren und zu definieren, was Wahrscheinlichkeiten eigentlich sind, solange sein Modell tatsächlich Vorhersagen macht, die sich trotz allem so auch in der realen Welt durch Beobachtung bestätigen lassen. Wenn jedoch in der realen Welt mal eine Beobachtung gemacht wird, deren zugrunde liegende Gesetzmäßigkeit sich nicht beweisen lässt, durch deduktiven Herleitungen ausgehend von diesen drei Axiomen, dann muss das Modell von Kolmogorov als falsch angenommen werden. Da dies jedoch bis heute nicht geschehen ist, basiert die gesamte Wahrscheinlichkeitsrechnung auf den Kolmogorov-Axiomen. Zuletzt noch die Definition des Wahrscheinlichkeitsraums, die im Prinzip nichts anderes ist als ein Tuppel aus Ergebnisraum und Wahrscheinlichkeitsmaß bzw. in mancher Literatur auch Ergebnisraum, Potenzmenge des Ergebnisraums, also Ereignisraum und Wahrscheinlichkeitsmaß. Auf Basis der Axiome von Kolmogorov lassen sich Theoreme aufstellen und anhand der Axiome beweisen oder widerlegen. Hier die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines Ereignisses A summiert mit der Wahrscheinlichkeit für das Eintreten seines Gegenereignisses ergibt 1. Oder dass die Wahrscheinlichkeit des unmöglichen Ereignisses 0 ist. Das Wahrscheinlichkeit in einem Monotonitätsgesetz zugrunde liegt, nämlich wenn A ein Teilereignis von B ist, dann folgt daraus, dass die Wahrscheinlichkeit von A kleiner oder gleich der Wahrscheinlichkeit von B ist. Es handelt sich hier tatsächlich um eine deduktive Folgerung, ganz im Gegensatz zur Implikation, die im Axiom 3 gefordert ist. Die Axiome sind Forderungen, die eine Funktion erfüllen muss, die Wahrscheinlichkeitsmaß genannt werden soll. Wenn sie diese Forderung nicht erfüllt, dann kann sie auch nicht Wahrscheinlichkeitsmaß genannt werden. Und man kann diese Implikation auch nicht beweisen, anders als dieses Theorem hier. Außerdem lässt sich eine Additionsregel aufstellen, bei der die Wahrscheinlichkeit für die Vereinigung zweier Ereignisse A und E gleich der Summe der Einzelwahrscheinlichkeiten bei den Ereignissen ist, von denen die Wahrscheinlichkeit des gemeinsamen Ereignisses A und B abgezogen werden muss, da sie ansonsten doppelt gezählt wird. Bei inkompatiblen Ereignissen ist diese Wahrscheinlichkeit hier 0, sodass einfach nur die Summe der Einzelwahrscheinlichkeiten die Wahrscheinlichkeit des vereinten Ereignisses ergibt. Wenn k Ereignisse gegeben sind, die paarweise inkompatibel sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit für das Vereinigungsereignis über alle k Ereignisse gleich die Summe der Einzelwahrscheinlichkeiten aller k Ereignisse. Ein weiterer grundlegender Begriff der Wahrscheinlichkeitsrechnung ist der der abhängigen Wahrscheinlichkeit, mit dem wir uns als nächstes beschäftigen. Die abhängige Wahrscheinlichkeit ist wie folgt definiert. Gegeben ist ein Wahrscheinlichkeitsraum, der aus einem Ergebnisraum, einem Ereignisraum über dem Ergebnisraum und einem Wahrscheinlichkeitsmaß besteht. Wir schauen uns zwei Ereignisse A und B aus dem Ereignisraum an. Die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A, gegeben, dass wir schon wissen, dass das Ereignis B eingetreten ist, ist damit wie folgt definiert. Die Wahrscheinlichkeit für A unter der Bedingung B ist die Wahrscheinlichkeit für das gemeinsame Eintreten von A und B geteilt durch die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von B. Wobei hier vorausgesetzt wird, dass die Wahrscheinlichkeit von B größer als Null ist. Die abhängige Wahrscheinlichkeit ist also die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des Ereignisses A, gegeben, dass das Ereignis B eingetreten ist. Als illustratives Beispiel betrachten wir einen Ergebnisraum Omega, der hier einfach als Rechteck dargestellt wird. In diesem Ergebnisraum ist ein Ereignis A abgeteilt und dieses Ereignis sammelt alle Ergebnisse, bei denen wir feststellen, die Straße ist nass. Die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des Ereignisses A ist hier zu berechnen als der Anteil der Fläche von A an der Fläche von Omega. Also vielleicht 20%. Ein weiteres Ereignis in diesem Ergebnisraum ist das Ereignis, dass es regnet. Hier als B als weiteres Quadrat dargestellt. Es gibt also Situationen, in denen die Straße nass ist und es nicht regnet, in denen es regnet, aber die Straße nicht nass ist, in denen beides gleichzeitig eintritt, es regnet und die Straße ist nass, oder keins von beidem, es regnet nicht und die Straße ist trocken. Das gemeinsame Ereignis A und B, also die Straße ist nass und es regnet, ist hier als schraffierte Fläche dargestellt. Es ist die Schnittmenge der Ereignisse A und B. Wenn wir aber beobachten, dass es regnet, beobachten wir auch sehr häufig, dass die Straße nass ist. Man könnte also die Frage stellen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Straße nass ist, wenn es regnet? Diese Frage wird durch die abhängige Wahrscheinlichkeit A unter der Bedingung, dass B eingetreten ist, beantwortet. Diese Wahrscheinlichkeit verändert die Fläche, die zur Normalisierung herangezogen wird. Statt Omega wird B zum Vergleich herangezogen. Und der Anteil der Fläche des gemeinsamen Ereignisses A und B am Ereignis B ist bedeutend größer als der Anteil der Fläche A und B an Omega. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Straße nass ist, wenn es regnet, ist also größer als die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Straße nass ist, unabhängig davon, ob es regnet oder nicht. Sie beträgt vielleicht 90%. Eine wichtige Eigenschaft der abhängigen Wahrscheinlichkeit ist, dass es sich dabei um ein eigenes Wahrscheinlichkeitsmaß handelt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des Ereignisses A gegeben das B eingetreten ist, erfüllt alle Kolmogorov-Axiome. Das bedeutet, wir können diese abhängige Wahrscheinlichkeit, P von A gegeben B, auch schreiben als eine Wahrscheinlichkeitsfunktion Pb, wobei hier das Ereignis B im Subskript genannt wird, um so anzuzeigen, dass statt Omega B zur Normalisierung herangezogen wird. Die Wahrscheinlichkeit des gemeinsamen Ereignisses von A und B wird hier bezogen auf den Anteil der Fläche von A und B an B berechnet und nicht mehr an Omega. Eine wichtige Konsequenz der Definition der abhängigen Wahrscheinlichkeit ist, dass die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des gemeinsamen Ereignisses A und B gleich der Multiplikation aus der Wahrscheinlichkeit für B mit der Wahrscheinlichkeit für A gegeben B ist. Diese Konsequenz ergibt sich schlicht aus der Umstellung der Definition der abhängigen Wahrscheinlichkeit durch Multiplikation beider Seiten mit der Wahrscheinlichkeit von B. Weiterhin wissen wir aus der Mengenlehre, dass der Schnittmengenoperator kommutativ ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von A und B entspricht der Wahrscheinlichkeiten für das Ereignis B und A. Und das wiederum gemäß der ersten Regel muss dann der Wahrscheinlichkeit für die Multiplikation des Eintretens des Ereignisses A mit der Wahrscheinlichkeit für das Ereignis B gegeben, dass A eingetreten ist, entsprechen. Daraus folgt dann drittens, dass diese beiden Multiplikationen hier zum gleichen Ergebnis führen müssen. Die Umstellung dieser Gleichung nach P von A gegeben B entspricht dann dem einfachen Satz von B. Zuletzt ist die abhängige Wahrscheinlichkeit für das Gegenereignis von A gegeben B gleich 1 minus der abhängigen Wahrscheinlichkeit von A gegeben B. Dieser Zusammenhang erschließt sich aus der Tatsache, dass die abhängige Wahrscheinlichkeit ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist. Und gemäß der zuvor gezeigten Theoreme, die sich auf Basis der Kolmogorov-Axiome beweisen lassen, muss dieser Zusammenhang demzufolge gelten. Die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von A gegeben, dass das Gegeneignis von B eingetreten ist, ist jedoch ungleich 1 minus der Wahrscheinlichkeit von A gegeben, dass B eingetreten ist. Diese Ungleichheit erschließt sich leicht anhand des Beispiels, das wir zuvor betrachtet haben. Die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des Ereignisses A die Straße ist nass, gegeben, dass B eingetreten ist, es regnet, sagt nichts darüber aus, was die Wahrscheinlichkeit von A ist, wenn es nicht regnet. Außerdem ist es wichtig zu verstehen, dass mit der Symbolik A unter der Bedingung B ein neues Symbol eingeführt wird, dass eine bestimmte Art von Ereignis, ein abhängiges Ereignis A, wenn B gegeben ist, ausdrücken soll. Dieses Ereignis ist jedoch nicht Teil des Ereignisraums, das zuvor für die Ereignisse A und B aufgestellt wurde. Demzufolge können wir dieses Symbol auch nicht in Mengenschreibweise mit anderen Symbolen des Ergebnisraums, mit anderen Ereignissen, B kombinieren, zum Beispiel B und A gegeben B. Eine solche Wahrscheinlichkeit ist nicht definiert. Die abkürzende Schreibweise der Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung B soll diesem Umstand Rechnung tragen und uns daran erinnern. Die abhängige Wahrscheinlichkeit findet Anwendung im Satz der totalen Wahrscheinlichkeit. Der Satz der totalen Wahrscheinlichkeit sagt aus, dass die Wahrscheinlichkeit für ein Ereignis B berechnet werden kann, anhand von Wahrscheinlichkeiten, in die der Ergebnisraum, in dem B definiert ist, zerlegt werden kann. Gegeben ist ein Wahrscheinlichkeitsraum, bestehend aus einem Ergebnisraum, einem Ereignisraum über diesem Ergebnisraum und einem Wahrscheinlichkeitsmaß. Weiterhin kennen wir eine Reihe von k-Ereignissen, A1 bis AK, die allesamt paarweise disjunkt sind, das heißt paarweise inkompatibel, die aber, wenn man sie vereinigt, den Ergebnisraum entsprechen. Wir setzen weiterhin voraus, dass die Wahrscheinlichkeit für jedes Einzelereignis A i, wobei i von 1 bis h geht, größer als 0 ist. Es handelt sich also um eine Zerlegung des Ergebnisraums. Auf Basis dieser Voraussetzungen wird es möglich, die Wahrscheinlichkeit für jedes Ereignis B des Ereignisraums über Omega zu berechnen, als die Summe der Multiplikationen aus der Wahrscheinlichkeit für jedes A i multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit für das Ereignis B gegeben, dass A i eingetreten ist. Zur Illustration wieder ein Ergebnisraum Omega hier als Rechteck dargestellt. Eine Zerlegung dieses Ergebnisraums Omega in Einzelereignisse A i bis A k könnte wie folgt aussehen. Natürlich muss eine Zerlegung des Ergebnisraums nicht so homogen sein. Sie können sich auch jede beliebige Zerlegung des Ergebnisraums vorstellen, solange die Eigenschaft erfüllt ist, dass die Einzelereignisse vereinigt zusammen wieder dem Ergebnisraum entsprechen. Hier eine etwas feingranularere Zerlegung. Das Ereignis B hat Schnittmengen mit einer Reihe der Einzelereignisse A i, jedoch nicht mit allen. Einige A i sind vollständig von B eingeschlossen. Manche A i überschneiden sich mit B, bilden also eine eine Schnittmenge und andere A i werden nicht von B berührt. Für jedes A i berechnet jeder Summand des Satzes der totalen Wahrscheinlichkeit die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des gemeinsamen Ereignisses A i und B. Das ergibt sich aus der zuvor gezeigten Konsequenz der Definition der abhängigen Wahrscheinlichkeit. Mit Hilfe des Satzes der totalen Wahrscheinlichkeit wird es also möglich, Aussagen über ein Ereignis B zu treffen, über das man weniger weiß, solange man etwas über die Ereignisse A i aussagen kann. Der Beweis des Satzes der totalen Wahrscheinlichkeit ist sehr einfach. Die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des Ereignisses B lässt sich auch anders beschreiben als die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des Ereignisses Omega geschnitten B, das wiederum B entspricht. Ein mathematischer Kunstgriff. Omega wiederum kann ersetzt werden durch die Vereinigungsmenge der Zerlegung von Omega in die Einzelereignisse A1 bis AK. Durch Umstellung wird die Schnittmenge von B mit jedem einzelnen AI gebildet und die Schnittmengen vereint. Da jede dieser Schnittmengen gemäß der Forderung paarweise desjugend sind, kann die Wahrscheinlichkeit hier zerlegt werden in die Summe der Einzelwahrscheinlichkeiten jeder Schnittmenge. Die zuvor gezeigte Ausnutzung der Kommutativität und die darauf folgende Konsequenz des Satzes der abhängigen Wahrscheinlichkeit ergibt den zu zeigenden Satz. Zuletzt wird noch der Begriff der statistischen Unabhängigkeit zwei Ereignisse betrachtet. Gegeben ist ein Wahrscheinlichkeitsraum bestehend aus einem Ergebnisraum, einem Ereignisraum über diesem Ergebnisraum und einem Wahrscheinlichkeitsmaß sowie zwei Ereignisse aus dem Ereignisraum. Die beiden Ereignisse A und B werden statistisch unabhängig genannt, genau dann, wenn die folgende Gleichung zutrifft, nämlich, dass die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des gemeinsamen Ereignisses A und B gleich der Multiplikation der Einzelwahrscheinlichkeiten für A und B ist. Man nennt diese Gleichung auch die Multiplikationsregel. Wenn zwei Ereignisse die Multiplikationsregel erfüllen und damit statistisch unabhängig genannt werden dürfen und das Ereignis B eine von 0 verschiedene Wahrscheinlichkeit aufweist und eine Wahrscheinlichkeit, die kleiner ist als 1, dann gelten folgende Gleichheiten. Neben der Multiplikationsregel selbst gilt auch, dass die abhängige Wahrscheinlichkeit für A gegeben, dass B eingetreten ist, gleich der abhängigen Wahrscheinlichkeit für A gegeben, dass das Gegenereignis von B eingetreten ist. Außerdem gilt, dass die abhängige Wahrscheinlichkeit für A gegeben, dass B eingetreten ist, gleich der Wahrscheinlichkeit für A ist. Zur Illustration ein Ergebnis Raum Omega, in dem ein Ereignis A und sein Gegenereignis eingetragen ist. Hinzu kommt der Anlängst B und sein jeweiliges Gegenereignis, hier als dunklere Fläche dargestellt. Damit die beiden Ereignisse als statistisch unabhängig bezeichnet werden können, muss die Multiplikation der Wahrscheinlichkeiten der beiden Ereignisse der Wahrscheinlichkeit für das gemeinsame Ereignis A und B entsprechen. In der gezeigten Darstellung ist das der Fall, da die beiden Ereignisse so im Ergebnisraum abgeteilt sind, dass die Trennlinien parallel zu den Kanten des Rechtecks sind. Wenn Sie stattdessen, wie zuvor schon gesehen, Ereignisse zeichnen, die keine solche Parabilitäten aufweisen, dann können diese Ereignisse auch statistisch abhängig sein. Sie müssen es aber nicht. Das heißt, auch diese beiden Ereignisse könnten, wenn Sie die Multiplikationsregel erfüllen, als statistisch unabhängig bezeichnet werden. Um das festzustellen, muss man schlicht prüfen, ob die Multiplikationsregel zutrifft. Die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von A gegeben, dass B eingetreten ist, ist der Anteil der schraffierten Fläche an der Fläche von B. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Ereignis A eingetreten ist, gegeben, dass das Gegenereignis von B eingetreten ist, ist der Anteil dieser schraffierten Fläche an der Fläche vom Gegenereignis von B. Trotz der in dieser Darstellung unterschiedlichen Breite der beiden Ereignisse B und B' ist der Anteil von A an B und B' jeweils gleich. Damit lässt sich auch visuell die dritte Gleichheit nachweisen. Die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von A gegeben, dass B eingetreten ist, ist der Anteil der schraffierten Fläche an der Fläche von B, während die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von A die Fläche von A an Omega ist. Auch hier sehen Sie, das Verhältnis ist gleich, obwohl die Breite unterschiedlich ist. In der Wahrscheinlichkeitsrechnung spricht man davon, dass zwei Ereignisse statistisch unabhängig sind. Man spricht nicht von Unabhängigkeit allein, wenn Sie die Multiplikationsregel erfüllen. Das liegt daran, dass gemäß der Semantik der Ereignisse, die betrachtet werden, es durchaus sein kann, dass in der Realität eine Abhängigkeit zwischen den Ereignissen A und B besteht, jedoch die Konstruktion des Wahrscheinlichkeitsraums, den wir betrachten, in dem die Ereignisse A und B vorkommen, trotz allem suggeriert, dass die Wahrscheinlichkeit für das gemeinsame Eintreten von A und B gleich der Multiplikation der Einzelwahrscheinlichkeiten ist. Das heißt, tatsächliche Unabhängigkeit von zwei Ereignissen in der realen Welt zieht die auch die statistische Unabhängigkeit nach sich. Umgekehrt ist das jedoch nicht der Fall. Der Begriff der statistischen Unabhängigkeit kann von zwei Ereignissen auf k-Ereignisse generalisiert werden. Diese k-Ereignisse werden gemeinsam statistisch unabhängig genannt, genau dann, wenn für alle Subsets dieser k-Ereignisse gilt, dass sie die Multiplikationsregel erfüllen. Anders als zuvor muss es sich bei den k-Ereignissen nicht um eine Zerlegung des Ergebnisraums handeln.